Hallo, hier ist Python. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe wieder ein Mario Kart 7 Online-Rennen für euch. Und am Anfang läuft das Ganze noch relativ normal für diese Strecke. Ist ja schließlich Luigis Luck-Piste hier. Aber mittendrin wird es wirklich interessant. Das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, glaubt mir. Da liefere ich mir so ein kleines Trail-Battle mit einem anderen Fahrer in diesem Rennen. Jedenfalls habe ich mir hier am Anfang wieder mal einen Pilz ergeiert und benutze den auch nicht. Bewahre ihn mal wieder auf, auf Platz 1, weil ich eben denke, irgendwann könnte ich damit den blauen Panzer abwehren. Ist aber totaler Quatsch, vor allem zu so einem frühen Zeitpunkt im Rennen. Da kommt immer früher der rote Panzer oder der Blitz. Auf dieser Strecke macht es total keinen Sinn. Keine Ahnung, warum ich das schon wieder gemacht habe. Hier kassiere ich auch den roten dafür und jetzt bekomme ich richtig aufs Maul. Irgendwie kommt er da mit seinen zwei Bomben von rechts reingeflogen. Ich setze meinen Pilz ein, kassiere den Blitz und dann noch eine nächste Bombe. Und damit bin ich auch nur noch auf Platz 8, was in Mario Kart 7 letzter bedeutet. Aber das hat das Ganze erst interessant gemacht. Hier ziehe ich jetzt einen Goldpilz. Kann damit links hier erstmal ordentlich vorbeiziehen. Und bin damit gleich zeitweise dann auf Platz 2. Problem war jetzt, dass ich keinen Schutz hatte. Und bevor ich hier in der nächsten Itembox was Neues ziehen konnte, kassiere ich den nächsten roten. Aber jetzt beginnt die Treuparty. Ich bleibe ein bisschen stehen und der rechts mit dem Stern ist auch stehen geblieben. Fährt erst wieder nach vorne. Fährt jetzt aber wieder rückwärts, um mich zu treuen. Aber kassiert dann meinen grünen. Das fand ich schon mal ziemlich super an dieser Stelle. Die anderen konnten natürlich jetzt gut vorne wegfahren. Wir beide etwas abgeschlagen hier hinten. Und er zieht schon wieder einen Stern. Und ich hatte natürlich Angst, dass er wieder gegen mich fahren will. Deswegen habe ich hier auch etwas gestockt. Und wie ihr gesehen habt, ist er auch wieder etwas rückwärts gefahren. Hatte also vor mich wieder damit zu treuen eben. Und hier habe ich tatsächlich den blauen Panzer gezogen. Er irgendwie drei Pilze oder sowas, mit dem er da links abgekürzt hat. Und jetzt war mir klar, ich muss nur noch warten, bis alle anderen im Ziel sind. Weil dann zählt er als erster. Und der blaue Panzer würde auf ihn gehen. Deswegen habe ich jetzt hier nur noch darauf gewartet, dass er eben als erster zählt. Alle anderen durchs Ziel sind noch das richtige Timing hier am Start gehabt. War etwas knapp, aber kurz vor der Ziellinie wird er getroffen. Und damit gehört Platz sieben mir. Fand ich ganz lustig. Solche Troll-Battles sind mir jetzt schon häufiger passiert. Und die sind echt lustig, auch wenn am Ende dann nur sowas wie Platz sieben rauskommt. Aber das macht Spaß. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen bei euch. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.